Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest. Heute stelle ich euch den IPAR Pool Roboter vor. Den Link zum Produkt mit dem besten aktuellen Angebot sowie zu den Kundenbewertungen findet ihr in der Videobeschreibung. Der IPAR Pool Roboter ist ein innovatives und effizientes Gerät zur automatischen Poolreinigung. Er eignet sich ideal für verschiedene Poolgrößen und Formen und sorgt dafür, dass euer Pool stets sauber und einladend bleibt, ohne dass ihr selbst viel Aufwand betreiben müsst. Ein herausragendes Merkmal des IPAR Pool Roboters ist seine intelligente Navigationstechnologie. Er bewegt sich systematisch durch den Pool und reinigt dabei sowohl den Boden als auch die Wände gründlich. Mit seinen leistungsstarken Bürsten und der starken Saugkraft entfernt er zuverlässig Schmutz, Blätter und andere Ablagerungen. Der Pool Roboter ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der für eine lange Betriebsdauer sorgt. Nach getaner Arbeit kehrt der Roboter automatisch zur Ladestation zurück, um sich aufzuladen. Dies spart Zeit und macht die Handhabung besonders bequem. Die Bedienung des IPAR Pool Roboters ist denkbar einfach. Über das benutzerfreundliche Bedienfeld könnt ihr den Reinigungszyklus starten und an eure Bedürfnisse anpassen. Der Roboter arbeitet leise und effizient, sodass ihr ihn auch während des Tagesbetriebes kaum bemerkt. Ein weiteres Highlight ist die einfache Wartung des Geräts. Der Filtersack lässt sich leicht entnehmen und reinigen, was die Pflege des Roboters unkompliziert macht. Die robuste Bauweise und die hochwertigen Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer, selbst bei regelmäßigem Einsatz. Der IPAR Pool Roboter verfügt über verschiedene Sicherheitsfunktionen. Da unter einem Kipschutzkonzern los, die verhindern, dass der Roboter aus dem Wasser fährt. Diese Funktionen sorgen für eine sicheren Betriebe und schützen sowohl den Roboter als auch euren Pool. Zusammengefasst, findet der IPAR Pool Roboter in der Pflege. Instead of cleaning your pool, start enjoying it with Aver Seagull SE. Wenn ihr euren Kuh sauber und einladend halten möchtet, ohne selbst viel Zeit und Mühe investieren zu müssen, ist dieses Modell eine ausgezeichnete Wahl. Schaut in die Videobeschreibung und den Link zum Produkt mit dem besten aktuellen Angebot und zu den Kundenbewertungen. Self-Parking Technology makes it easily retrievable and ultra-portable. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal für weitere Produkttests. Bis zum nächsten Mal.